Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder FNAF, also den dritten Teil. Ich hoffe wir werden es schaffen, es könnte aber auch schwer werden. Weil in der dritten Nacht, ich glaube es war die letzte, aber die ist davor sehr schwer. Da ist er direkt, der Alte, ja, Gaul. Warte da, da ist kein Lüftungsschicht. Hier ist von der Gnacht. Ich habe vergessen, dass man da immer. Also bei Balloon Boy einfach immer, ähm, ja, schnell die Kamera wechseln, weil sonst attackiert er euch. Aber ich musste halt gucken, ähm, wer das ist. Hi. 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 Oh ja, stimmt die Luft, du Schächte. Aber irgendwas könnte auch mal im Fernsehbild sein. Ich hab mich erst auf der Schrocken. Aber die Nacht ist echt schwer. Ich dachte, ich hab's eigentlich gut hingecheckt, aber anscheinend nicht. Wo ist er diesmal? Oh, kein Lohn. Eigentlich ist das Raum 10 noch am besten. Ist's nicht, aber ich kann auch einfach zu machen. Da kommt er ja da nicht lang. Nein, er läuft zu mir rum. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da was die da laufen sind, neben deinem Fenster, ist das Freddy? Ich hoffe, es hat sich schon mal In der Kamera, wo wir halt hier sind Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hello? Hallo? Schumse ist ein Knopf. Hallo? Wie oft kommt es mit Freddy. Die bewegen sich nur eigentlich, wenn ich sie nicht angucke, bedeutet ich muss ihn jetzt dauerhaft angucken. Ich glaube dann ist das Spiel auch zu Ende. Keine Sorge, ich habe noch den vierten Teil. Noch eine Minute angucken, ich muss nur hoffen, dass Freddy nicht kommt. Wenn ich den Bildschirm hoch mache, dann erschreckt er mich, dann hätte ich verloren. Das heißt gleich muss es dunkel werden, wahrscheinlich. Ja, ich habe verloren, denke ich. Und dann war es das. Aber der Versuch war definitiv viel besser. Ja. 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 Na. Ja. Ja. Hallo. Ja. ich glaube man kann es 3 oder 4 mal einsetzen und dann ist es kaputt und dann muss es reparieren hallo die norwegen sowas habe ich da gesperrt muss ich ja bei der camera ist dann muss man gucken ob da ein fahrstuhl lüftung schacht ist dann ist am meisten Ich bin ihn gerade nicht. Das ist Chica. Ich ziehe das jetzt nicht. Immer mehr verstehe ich das Spiel. Wow. Hi. Ich suche eine Brunner in der Fübschacht. Freddy ist vorbei. Zum Glück ist das falsch angetippt. Willst du mich verarschen? Hi. Vielleicht wirft er da lang. Bestimmt. Oder ich habe Glück er wird. Da ist er langgegangen. Kannst du vielleicht was so machen hier außen. Schon wieder so knapp. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich glaube ich werde eh sterben. Aber ich werde eh sterben. Schnelldruck exit. Ich glaube Bonny habe ich noch nicht gesehen. wird 6 Uhr. so rinne ich dazu. So rinne ich dazu. So rinne ich dazu. Wenn es euch gefallen hat. Lasst noch ein Like und ein Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und ciao. Willst du nicht eben... Pyton Gann ведь dawnst� nochmal zu haben. Bate dir das bisschen prominppelt. Boas Alien! So ein Gerwig eyst du ab.